Yo, hallo und herzlich willkommen zum fünften FIFA Battle. Heute wieder mit Cam, die ist jetzt nicht mehr da auf dem Bildschirm drauf, sondern da neben dem Bildschirm. Ja. Ja. So, wir machen mal los, ne? Kannst schon mal los machen. Ah, wir haben jetzt Manchester City gegen Manchester United der Welt gemacht. In Manchester. Genau, in U eigentlich. Im Etihad, also bei Manchester City. Ähm, das ist ausgesprochen, keine Ahnung. Teammanagement, ne, los geht's, oder? Los geht's. Tevez. Tim, der ist argentinischer oder nationaler Spieler. Ja, ich weiß. Das sieht man auch am Trikot, das sind die Städten auch. Okay, also die guten sind die roten, also Manchester United und das wirklich. Ja, und, äh, meine haben sich halt ein bisschen getrunken gestern Abend, deswegen sind die auch blau. Oh, wie schlecht, ey. Das ist echt keine gute Zeit. Ja, ja. Boah, ich bin mir nicht klar. So. Oh. Alter, was war denn das? Ja. Ja, ja. Erstens, wie ist dein Ball gekommen, zweitens, warum hat er den Weckermatt? Und zweitens, wie macht man dein Kopf beim Mitteln hinterkopf? Oh ja, jetzt gesappt, jetzt gesappt, jetzt gesappt, jetzt gesappt. Was, was, hey, noch? Mann, du Reporter, irgendwie sitzen wir gerade in der Scheiße. Nein, das ist auch klar. Perfekter Nobepass. Ah, shit. Nobepass? Doppelpass. So. Oh nein, das gibt's nicht. Ne, ich mach mal fast kurz. Ja, wird ausgenutzt. Oh mein, Scheiße. Jetzt geht er auch. Och, Mann. Das ist jetzt mein Eindruck abköpplich. Achso, Scheiße, ich hab den rechten Stick nicht benutzen. Kacke. Nein. Ja, Controller fail, aber... Ja, so übrigens, dieser Controller, den ich hab, der ist im Arsch, deswegen, wenn man den rechten Stick benutzt, dann ist man im Arsch. Und ich wollte gerade den rechten Stick benutzen. Nein, Kacke, es wird gerade... Entschuldigung. Hab ich auch gemacht. Also, wir tauchen dann nach dem Spiel, ne? Ja, also... Die Controller, die Menschen schaffen, aber auch nicht. So, nochmal als nächstes. Übrigens, falls ihr irgendwelche Betrids sehen wollt, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Topic. Ah! In front of the... Huuuuh! Was? Ja, nein! Nicht in... Elfmeter. Daneben schießt noch an. Nein, nicht, es geht Elfmeter. Ah, 13-11. Okay. 13-11 war es dann... Ja. Das macht's auch keinen Sinn mehr. Also, gar keinen Sinn. Hä? Oh, Scheiße. Ja. Ja, 13-11. Das ist Milch. Ja. So, David Silber. Der bestimmt auch Silber. Gibt's nicht irgendwie so Captain Silver? Bei irgendwie so einem... Ich kenne den Captain Jack Sparrow. Ah, der ist nicht cool. Also, wenn man nur den kennt, ist es schon abends ja nicht. Nein, ich kenne auch noch alle. Ich kenne Captain Cook. Und... äh, Captain Cook. Der hat gerade... ähm... Du kennst doch sicherlich diesen... äh, die Schatzinsel von... so einem Typ, der irgendwie voll berühmte Sachen geschrieben hat. Diesen Schatz vom Silbersee. Ich kenne jetzt mal auch so wie André und Schenks über unsere harte Verlangen drin. Ja, ich hab... ganz ohne meine Freunde. Oh, shit. Du kannst doch darüber reden, dass du, ähm, in deiner hartkirchlichen Familie dich eingezwängt fühlst. Ich will mir noch keinen... What the fuck! Hallo! Übelst weg! Was geht denn da?! Verdammte Scheiß drauf war denn nicht drinne! Ich fühl mich jetzt voll gut. Da ist kein Verlust. Da ist kein Verlust. Oh! Fuck! Fuck! Eigentlich! Oh man, warum? 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 Wieso? Weil ich... Das kann sich nicht erklären. Ja. Guten Morgen. Danke. Hä, das hat mir überhaupt nichts mit Dr. Alviss zu tun. Nein, schon, aber... Das ist okay. Das ist okay. Dafür brauchst du dich zu stehen. Nein! Ja. Deine Schwester gibt aber auch immer so ein YouTuber. Nein! Oh, fuck! Meine Frau ist zum Beispiel, die gibt ja Dr. Alviss zu tun. Ey, kacke! Warum muss ich mir die Träger machen? Aber hier, ich will ihn ganz klar besser. Ja, ganz klar, ne? Ich hab ne halbe Topfels mehr gehabt, was halt da ist. Guck mal, wie Kloßbrühe oder was. Was? Was für ein Scheiß? Spruch, was denn? Ja. Ja. Warum kann ich nicht? Das ist, glaube ich, Dimethyl-Bethyl-Tri-Ether. Okay, das habe ich noch mal gesehen. Ja, Dimethyl-Ether. Oder... Ja. Dimethyl-Bethyl-Tri-Ether. Ja, das war Abseits. Das war niemals Abseits. He, ich bin... Das war niemals Abseits. Nein, ich würde mich aufregen, aber ich glaube, da soll ich... Das ist weiter... Beim Soundcheck. Und ins Tor laufen! Ins Tor laufen! Ja, nimm die Debatte! Och, Mann! Hey, und da sind meine solche Tore, das Freddy Goat. Das sind einfach die besten Tore. Was sind die üblichsten Tore, oder? Ja, das sind die üblichsten Tore, okay. Ich hab dann irgendwo auch eine Runde kloppte. ja das ist ja auch gesagt ach weißt du bei den Toren ist nicht das und die haben sich was ist denn der Schilder Ja, also abschhhhhh. Jetzt geht's ab. Ja, super, sind wir halt gewonnen. Unverdient. My friends, my friends. Bam. Und noch eins. Und hol dir die Ball. Juhu. Okay, ich probier's. Ja, gestern hab ich dir so einen Homo gezockt. Und ich? Der ist dann immer so das ganze Spielfeld gerannt und hat dann in seinem eigenen Strafraum oder so gedumpelt. Hey, es geht. Wie geht denn das? Das wird auf irgendwann auch unterbuchen, sobald er in meinem eigenen Spiel bleibt. Ja, aber irgendwie hat er es halt geschafft. Ich weiß nicht, wie die es schaffen, so ewig zu. Ich glaub, du musst halt so eine Bewegung, die du im Laufen machst, machen. Und dadurch wird der Juhu halt nicht abgepoppt. Weißt du? Scheiße. Du kannst dich schon leicht vernaschen, wie du sagst. Ja, ich hab nicht. Ja, du hast halt eben fucking Glück, oder? Ja, ich hab immer Glück. Du hast immer Pech und ich hab immer... schlechte Spieler. Ich hab halt irgendwie keinen Schuss gegen zu mir. Ich krieg das beinig ins Tor. Das beinig ins Tor. Ich krieg das beinig ins Tor. Ja, so weiter wird's. Ich hab auch Stüße. Au. Stell auf, Lula. Scheiße. Oh. 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 Wollte ich gar nicht. Aber ziemlich geil rein. Ach, Scheiße. Nice. Ja. Ich darf mal keine Flanken mitbringen. Ich muss reinlaufen mit dem Spiel. Oder The Pass. Passt. Passt einfach. Das ist normal. Und der ist mit ausgelöst. Okay. Ich bin der mega unfairste Spielung überhaupt. Dafür bin ich nicht. Ach. Ach. dass so viel Platz hier auf dieser Seite frei ist. Gibt's gar nicht. Ah. Was? Ach, nee. Ah. Ich hab, Mann, kann ich einfach mal irgendein... Ball. Bisschen Glück reingehen, meine... Nee. Ich meine, ein Tor, die vielleicht schon wieder drin. Was? Oh, nee. Zabberlot. 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 sondern zahl. Zabberlot. Prof. Fing. Verg sagen. Zusage ich bin jetzt mal an. Stufeич etwas zugest. Ah, ich hab doch jetzt ein. aber wollte ich ein was Points am90 chub tractifies Knights aus dem nicht so was ist. Denn man macht das nicht. Mit ihm dann jemanden auf und das ist gern irgendwann auch gehe, Ha, das war aber vorgehört. Ah, das ist ein gewöhnlicher Arm, Mensch. Die Uhr an. Die Uhr an. Wenn man weiß, wie spät es ist, ohne auf die Uhr zu schauen, ist man eine Uhr an. Was für ein schützester Witz? Oh Mann, warum schützt du es für mich denn? Ja, hey! Das kommt. Oh Mann. Soll ich jetzt noch abpassen? Ja, das war klar, das ist nichts wert. Wozu spiel ich überhaupt FIFA, Mann? Da ist doch schon vorher, das ist nichts wert. Die letzten drei Maler sind zwei gewonnen. Hä? Was war denn das? Der hat von selbst den Ball rausgekloppt, oder was? Jep. Wäre der jetzt abgefilscht geworden? Oh, was? Hey, ich wollte doch nicht zu dem... Hey, was? Ich wollte doch nicht zu dem passen. Oh Mann. Ich wollte echt zu dem Tor verpassen. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt würde man sagen, das Tor war ja nicht schön rausgespielt, oder so. Das war einfach nicht unvergültig. Aber eigentlich hatte ich eine Tochter. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Scheiße, ich hab die Sprintas vergessen. Ich meine, solche Leute, die sagen, es gibt nur geile, äh, die einzigen geile Spiele sind Korps, und FIFA, was? Sollte Leute... Scheiße. Aber echt? Ja. Ja. Nein. Was? Wie ein geiler Schuss, ey. Hier kommt das noch richtig geil. Wenn das ein Tor gewesen wäre, wäre sowas von... ... und das ist ein Tor. Oh. Wieso? Ah, schade. Okay, also... Nein! Bäm! Ja, das hat mir in Absicht nicht gefasst, das wäre sonst fies gewesen. Was? Ich werde mich trotzdem vertreiben, Leute. Ja, das ist ja auch nicht so toll, was ich jetzt mal fiese Täter zu tun. Es ist cool, die Täter. Du redest die ganze Zeit über Chemie, ey. Ja, Mann, ich bin so ein bisschen Chemie-Sucht, ey. Es ist nicht schlecht, ey. Hallo? Hallo? Hallo auf dem Klo. Hartgeborst. Äh, Dai Yang? Okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass, äh, Van Persie... Du küsst ähnlich aus wie die Chan von Apple War? Die Percy? Die Chan von Apple War? Okay, dann ist nicht, dass du nicht weißt, wer Chan ist. Ich weiß, wer Chan... Ich weiß aber nicht genau, wer Van Persie ist. Also nicht wie der aussieht. Ich weiß, wer das ist, aber wie es geht. Passt. Das war so klar, dass er passt. Passt. Oh, danke, Boss. Was denn? Na, das ist ja eine Aufnahme. Boah. Da ausliegen. Oh, ich... Waa... 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 ạ, boah fach, boah fuchsle! Warte, ich kann's dir genau anschauen. Warte, ich muss dir anschauen. Voll raus, ich bin nicht. Scheiße, ich bin nicht ins Tor beraten. Ich bin vorbei. Ja, bin ich. Ich bin nicht. Zumindest bin ich. Oh, scheiße. So, ich hab geräumt. Heute etwas besser als Karl. Wir essen jetzt. Mal 3-1 trägt man eindeutiger Sinn. Von Persi, von Persi, von Persi. Lol. Das hätte reingekommen. 10 Stunden lang. Guck, ich kann's dir von Persi anschauen. 9,8. Das ist der Beste? Ja, das ist gewusst. Ey, das sieht wirklich übel aus wie Chant von Apple War. Lol. Sind die vielleicht verwandt oder so? Man weiß nicht, von Persi und Apple War. Von Apple War und von Persi. Andi von Persi. Ja, ist von vorne am Robben, oder? Rom? Du bist ein Blöder. Der ist Robben. Robin. Hab ich doch richtig gesagt. So, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Battle. Wenn es wieder heißt. Ich bin der Winnery. Ciao. Du und der Winnery. Klar, ey. Ich glaub's auch.